Moschel, Moschel, ne bitte meine, willkommen zurück zu einer Folge Backen Hies, in dieser Folge ich wäre im Hühnchenofen Arsch Aber zuerst erkläre ich euch heute um ein Thema Oh, by the way, das war jetzt das erste Mal seit Jahren, dass ich es hinbekommen habe, die Begrüßung zu sagen, ohne sie komplett zu verkacken Nice, oder? Ich weiß Ähm, jedenfalls, wie viele von euch am Videotitel erkannt haben werden So wie immer, hoffe ich Ähm, geht's in diesem Video darum, warum meine Pokémon Sonne Mond und Nasslob nicht zustande kommt Es ist nicht aufgrund vom Mangel an Material oder Motivation Ich bin so motiviert, ich beiß jetzt praktisch in mein Mikrofon rein und fress es auf Ähm, ja, das ist einfach nur das folgende Grund Ich seh's nicht ein Jetzt, all wieder Pokémon aufzunehmen, mit einer Kamera, mit scheiß Video Qualität Während ich einfach bis nächstes Jahr März warten könnte Bis die Nintendo Switch rauskommt Die Konsole, die es endlich hinbekommt Die Wii-Reihe und die DS-Reihe miteinander zu verbinden So, dass man sich nicht mehr zwei beschissene Konsolen vom selben Anbieter holen muss Um in den Genuss von allen Spielen zu kommen Ja, ich seh's nicht ein, warum ich jetzt schon aufnehmen soll Wenn ich einfach bis dahin warte Die zu dieser Zeit kommenden Spieler aufnehme Und das mit einem weitaus besseren Aufnahmegerät Weil, es wird ja ein Dock geben, wieder ein Kabel-Dock, nehm ich mal an Zwischen der Nintendo Switch und dem Fernseher Ich stelle mir erst so ähnlich vor wie bei der Wii U auch Und wenn meine Vermutung in diesem Fall stimmt Und es ist keine drahtlose Verbindung ist, wie ich's nicht hoffe Wie bei, wenn man Smartphone, ähm, YouTube mit dem Fernseher verbindet Das wär extremst scheiße für mich Ja, wenn das wieder so ein Kabel-Dock ist Wie ich jetzt wirklich hoffe Ich bin nicht sicher Vielleicht sagen wir es in den Trailer, muss ich mal nachgucken Ähm, jedenfalls, dann wird's wahrscheinlich so sein Dass ich mir einfach eine, ähm, ja, ein Kabel Ein Verbindungskabel holen muss Und dann einfach die Nintendo Switch mit meiner Avamedia zu verbinden Und die Avamedia dann wieder mit dem Fernseher Praktisch genauso abkoppeln kann wie bei einem Wii U Gameplay auch Und halt mit dem Unterschied Dass ich für die Switch dann auch hoffentlich, ähm, gute Spiele bekommen werde Das war die größte Verschwendung Ich warte seit drei verdammten Jahren darauf Dass endlich ein gutes, aufnehmenswertes Spiel für die Wii U rauskommt Na gut, also, bei der Switch ist es auf jeden Fall sicher Dass man dort Breath of the Wild-Screen kann von Zelda Ob ich auch schon eh nicht lange warte Hm, naja, Leute Ähm, jedenfalls ist das auch der Hauptgrund Warum ich jetzt nicht auf dem 3DS Nintendo, äh, ja Vor Nintendo als Sonnen Mond aufnehmen werde Einfach nur aus dem Grund, dass, wenn ich mich jetzt, ja, vier Monate rum gedulde Ich mit weitaus besserer Qualität aufnehmen kann Mit etwas Glück wird jetzt die Wii-Reihe Und die DS-Reihe wirklich komplett von der Switch abgelöst Und Nintendo kriegt jetzt endlich mal hin, eine Next-Gen-Konsole auszubekommen Oder die über Next-Gen Ich hoffe es einfach mal Ich bete dafür, dass Nintendo es wieder mit den Konkurrenten aufnehmen kann Weil, jo, ich hab meine Seele an Nintendo verkauft Hm, so ein krasser Boy bin ich Äh, na gut, jedenfalls, ich hoffe ihr verständnis dafür Ja, es gibt so viele andere YouTuber, die das noch zeitiger beginnen können als ich Weil ich nun mal nicht an Amerika wohnen Hm, naja, so ist es halt Hätte mich auch traurig gemacht, aber Hm, naja, ihr könnt bei denen, die in das Log genießen Bei mir jetzt sowieso niemand geguckt Ich warte bis, ähm, zum März nächsten Jahr Und dann wird's hochgehen Dann kommen Nintendo Gameplays Da werdet ihr euch anerbrechen Und ich lehre eure Kopze auf Weißen und daraus Motivation ziehen, Leute